Die Säcke haben schon angefangen, weil ich essen war Ich höre zu acht eigentlich Also eigentlich zu acht Äh, was ist mit Drago? Wo ist denn der? Ja wie gesagt, der sollte eigentlich gleich kommen Der ist schon die ganze Zeit hier im Channel mit drin Das frage ich deswegen nur Ja, schreib mir mal an Nein, ich bin mitnummern am spielen, Alter Nö, nö, finde ich nicht Könnte mich jetzt mal bitte jemanden move'n? What? Oh, wir gehen mal Achso, ja Channel mäßig, ja gut Ah ja, Nico Zack, komm, wir verpissen uns Channel gewechselt So So Also, hi Nico Also wir sind schon gleich bei Nils und Hi Alex Joa Ähm, Nether läuft Ja, ich weiß, sollen wir gehen? Äh, du, ich bin schon im Nether gewesen gerade eben Achso, ja, ich war auch schon 150 mal im Nether Ich habe, wie gesagt, ich habe schon alles gefarmt dort, ne? Was? Ja, Alter, ich habe schon drei Festungen gefunden Du hast einfach gefarmt? Ja, ich war schon... Woher habe ich... Woher denkst du, habe ich das Nether Brick und das Zeug? Du hast einfach, ohne aufzunehmen, einfach Stuff gemacht Nein, in der Aufnahme war ich im Nether Welche Aufnahme? Ja, hä, ich bin schon... Ich bin seit Folge 20 oder so... Ich bin schon in der irgendwie 2. oder 3. Aufnahmesession war ich im Nether Ja... Hast du nicht gemerkt gehabt? Doch, aber ich hätte gedacht, wir haben den Nether neu gemacht Nein, nein, nein Nein, oder? Ah... Ist der neu? Ich weiß... Ich weiß es nicht... Nein, ich dachte, wir haben den neuen Nether wieder reingeholt, weil der alte... Naja, alt ist Ja, ich weiß es nicht, also... Kann sein... Und ich geh jetzt doch noch nicht in den Nether... Weil ich brauche immer den Nether für Quarz und ne Netherrack Haben wir eine neue ähm... Oh... Haben wir eine neue... Nein, wir haben keine neuen... Oh, 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 ich muss Skype noch muten Uiuiui, weg mit Skype Weg mit der Scheiße So... Ähm... Ja, haben wir... Haben wir... Alter... Das sieht so krank aus mit den Hühlen... Nein, wir haben keine neue Nether-Welt... Ne... Leider... Geil... Wo ist denn das Nether-Portal? So, jetzt habe ich es geschafft Wir kommen einfach mal hoch zu meiner Burg Burg Du brauchst gleich mal wieder den Stand ab meiner Burg Burg... 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 Yeah... Nein! So... Burg... Burg... Burg, Burg, Burg! Ich bin's Kartoffeln, Mädchen! Burg! Burg! Ah, hier runter? Japp. Burg. Hey, wake up! Und? Ha. Gleich. Rein mit dir! Der ist noch. Ja, ich musste Julan grad schreiben, dass Tiberius gleich kommt. Hä? Äh, äh, ja, warst du eben? Achso, ich bin schon in der Fall. Ach, bin die blöd. Ja, der sieht doch genauso aus wie vorher. Ja. Leider. Bist nur neidisch. Na, komm, dann geh ich grad mal Level-Farm. Hä? Ich brauch das Quarz! Interessiert mich nicht. Ja, das kannst du ja auch benutzen, aber... Nee, ich geh jetzt meine geile Ding weiterbauen. Ich hab ja noch was zu machen. Ah, da lang. Ah, wo ist der Ausgang? Hier, da drüben. Da, da, da. Yeah, Ausgang. Ausgang, da ist der Ausgang. Puh. Äh. Ich glaub, ich geh grad allen Leuten auf den Sack, die hier zuhören, ne? Ausgang, 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 Oh, Aua. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Du bist bei mir arschleiße, das ist das einzige Problem. Du musst mich lautstellen. Nö, du bist faul. Punkt. Weil ich hab, ähm, Einstellung in TS geändert. Ich zu faul, Alter, ernsthaft. Ich und jemanden lauter stellen, das ist schon Blasphemie. Es grenzt schon an Blasphemie. Du kennst dieses Wort. Du denkst, dass ich jemanden lauter stellen werde. Du kennst dieses Wort. Weil er zu leise ist. Es ist... Leute, er kennt das Wort Blasphemie. Mir doch vollkommen scheißegal. Mir aber nicht. Bitch. Oh, Alter, bist du voll der, bist voll der Harte. Sag mal, hast du geraucht? Nee. Ich bin gut drauf, Alter. Wirst du, wie lange ich auf das Season gewartet hab? Wieder eine Woche. Du hast geraucht. Punkt. Nein. Einfach so sagen, du hast geraucht. Punkt. Wieso? Weil ist so. Oder wie ich auch gern sage, weil Baum. Ja. Immer noch beste Begründung ever, weil Baum. Es ist schon die Begründung, wie weil ist so. Ich hab immer wieder noch die beste Musik ever drin in meiner Playlist. Weihnachtsmusik. Oh, oh. Soll ich eh nicht mal umhindern? Sollte ich mal rausschmeißen. Ah! Alter. Puh. Oh my gosh. Geht das eigentlich runter? Wow, Alter. Ach ja. Ich hab megamäßig ein Ohrwurm. Alter. Wasser. Akzeptiere mich als dein Freund und Helfer. Und so weiter. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss nur nach oben gehen. Das kann weg. Egal. So. Wir sind auf unserer geilen, kleinen, pornösen Insel. Und machen weiter. Yeah. Die kleine, sehr unpornöse Insel, weil sie... Die geile, kleine, mega-Porno-Insel. Die kleine, sehr unpornöse Insel, weil sie nicht pornös aussieht, weil sie einfach nur zurzeit schwebt. Wie so ziemlich jeder Block in Minecraft. Und einfach nur in der Gegend rumfliegt. Außer Amm-Bosse. Außer Trago und Tibera sind da. Ja? Ja. Nehmen zurzeit schon anscheinend dich zusammen auf. Ja, sehe ich jetzt nicht. Ich habe keinen zweiten Bildschirm. Oh, armes Tuck-Tuck. Er hat keinen zweiten Bildschirm. Oh, ist das nicht. Ey, du kriegst gleich noch Fresse, Mann, Junge. Ich habe Putschicht. Er hat keinen zweiten Bildschirm. Dass es sowas noch gibt. So. Leute ohne zweiten Bildschirm, meine ich. So, wo ist Alex? Ich klein den mal in meinen Bogen. Irgendwie panisch, wenn 50% deines Freundeskreises wirklich keinen zweiten Bildschirm haben. Vielleicht knall ich ihn ab. Ja, so ist gut. Erstmal schön verbrennen. Naja, so soll der es machen. Es ist einfach, ähm, einfachstes Auslöschen. Auslöschen. Ah, 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 ah. Von Gegnern. Einfachstes, ähm, aufhören zu brennen ever. Einfach verbrennen. Ah, so, weg. Da sind die beiden Säcke doch. Wiesste, habe ich doch gesagt, dass die kommen. Hö, hö. Aber wir sind so alleine, ey, weißt du. Ohne Peppy macht es keinen Spaß, weil der immer so schlägt. Ohne Peppy, der eh gleich wieder leftet, weil er aus Dummheit stirbt. Ja, aber richtig. Aber jetzt auch selbst schuld, der legt sich immer mit den PvP-Pros an, also. Ja, die sollten so einen Namen kriegen. Ich lauf gleich mit Schildern rüber. Überall so PvP-Pros waren da. So, hier ist ein Fehler. Fehler. Scheiße. Ah, ach, egal. Leck mich am Arsch, muss ja nicht perfekt sein. Ist auch nicht perfekt. Also wir hoffen, wir was vorzunehmen. Oh, es wird noch ekelhaft, das alles durch Nether-Stuff auszutauschen. Ja, weißt du, was noch ekelhaft ist? Deinem, oder? Oh, oh, da fängt das schon an, ey. Rebellisch hier. Voll, ich bin Drago, der Rebell. Meine Fähigkeit bei Pokémon wäre rebellisch sein. Sag ich immer, nein. Yo. Ich weiß ja nicht, ich würde es jetzt gerne riskieren, da runter zu springen, aber ich bin hundertpro sicher, dass ich das nicht schaffe. Ah, komm. Wow, ey, fuck, ey. Da kommt voll die volle Skelett rein und will mich einem Pfeil im Kopf geben. Komm mich daher mit meinem Schwert und gib ihm ein Pfeil ins Knie. Voll mit dem Schwert ein Pfeil ins Knie geben. Damn logic. Leute, wollt ihr mit mir abstimmen gegen ihn? Immer nur so, spaßeshalber. Ich weiß ja nicht, wieso. Jede! Bist doch nur neidisch auf meinen Skill, das mit dem Pfeil. Okay, es gibt mittlerweile schon solche Waffen, die gleichzeitig Kugeln abschießen können, also gibt es wahrscheinlich auch eine Armbrust, die gleichzeitig ein Schwert ist. Halt, gib es schon. Wuhu! Und du hast wirklich geraucht. Wuhu! Das ist okay. Wuhu! Alles klar? Creeper 1, Tiberius 0. Schreibst du in den Chat? Ah! Adventure Map Skill. Muss gehen. Puh. Ja. Hier rüber. Pam! Pam! Scheiße. Na, where is she? Ah, da ist das Licht. Alter, das ist so mega krank, wie viel, ähm, wie viele Eier wir kriegen gerade. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach so viele Hühnchen drin sind? Nein, nein. Fetzungsweise. Ich geh mal, ich geh mal, ich geh mal die Farm, äh, die Farm belehren. Ich krieg da locker ein Stack, ähm, ein Stack, äh, Ding raus. Äh, weg. Samen. Dann kann ich alle Welt mit Eiern bewerfen. Ja. Böser, böser Welteroberungsplan. Alle Leute mit Eiern bewerfen. Yeah. Eier. Eier. Eier für die Welt. Wuuuuh. Rrrrrrr. Das Neue. Ja, man könnte echt denken, ich hab gekifft, ne? Ja, man könnte wirklich glauben, du hast wirklich gekifft, ey. Scheiße. Ich frag mich immer noch, woran das liegen könnte. Salat. Viel Salat. Und Zuneigung. Okay, ich auf. Also, ich fütter mal unsere Hühner, ne? Wir haben nämlich zu wenig. Was, du für gewohltätigst unsere Hühner? Was bist denn du für ein Ekelhaften? Ich füttere unsere Hühner. Mit Penissen. Ach, du fütterst. Ich hätt' dacht, du tust sie für gewohltätigen. Alter, ich halte einfach nur rein, ne? Ich level gerade, ich level gerade mit den Hühnern. Alter, ich bin grad schon von 10 auf 13. Das sind drei Level. 14. Okay, 4. 15, jetzt gleich. Gleich ist 15. Und ich hab gleich ein Stack, ähm... Ich stell mich mal drüber. Ich hab gleich ein Stack, ähm, Ding weg, ne? 16, 17. Alter, ich bin level 17 mit Hühnern, ne? Alter. Ich hab grad ein Stack Samen weggemacht, ne? Das klingt beim genaueren Hühnern irgendwie ekelhaft. Ne, 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 ne. M-m. Also, ich bin grad acht Level gestiegen. Ich bin level 18. Und hab genau... Ja, 71, ähm... Samen verschwendet. Noch einer mehr. Immer noch falsch. Alter. Kriegen so mega viele Eier. Ich denke, bei genauer Betrachtung, immer noch falsch. Das werd ich noch 50 Mal sagen müssen in dieser Folge, glaub ich. Ich überleg immer noch, ob ich diesen... Ob ich diesen Trichter einfach automatisch an diesen, ähm... An den... Den dran... Äh, an den, äh... An den Hintern? An den Werfer dran baue. An den Hintern, okay. Mach einfach, Alter. Nicht grob lang nachdenken, einfach machen. Alter, komm, ich bring das. Und dann, äh, irgendwann schalte ich's ab. Alter Vater, das wird epic. Wohl, das kann ich irgendwie nicht bringen. Das wär voll, voll, äh... Also, Steine brennen. Ja, hab ich. Einer, zwei... Hast du Cobblestone? Ich farme grad Stein, also... Klartext Cobblestone. Stone, weil ich meine... Mein Haus ausbaue, also Klartext. Ja, hab ich. Gut, ich brauch mehr. Komm, zu mir kriegst vielleicht ein bisschen was, aber nur wenn du liebst, bitte. Wie viel hast denn, du? Weil sonst geh ich dann demnächst... Zurzeit, ähm, fast ein Stack. Ich brauch mehr, ich brauch vier, fünf, sechs. Stacks. Na, bei mir kannst du das kriegen gegen Entleistung Quarz. Weil ich brauche Quarz und Nether-Steine. En masse, Alter. Das kriegst du von mir, einen Rülpse, einen richtig feuchten Rülpse. Ah, ich geh, ich geh, ich geh mir kurz Ding holen. Lava. Damit kann ich dann die Steine brennen. Ist einfacher.